Hi Freunde, ich habe gerade ein super geiles Crowdfunding unterstützt und ich wollte euch das gerne weiterempfehlen. Und ich habe euch das hier oben verlinkt. Genau, ihr wisst ja bereits, dass es gerade auf dem Mittelmeer ganz schwierig ist, Menschen zu retten, weil die Schiffe, die es schon gibt, aus bürokratischen Gründen nicht auslaufen können. Und deshalb ist es mega wichtig, dass es jetzt Schiffe geben muss, die ganz, ganz schnell wieder fahren können. Und eine davon, eins von diesen Schiffen ist die CI2. Und hier in diesem Crowdfunding habt ihr die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass dieses Schiff fahren kann, indem ihr Geld spendet. Und jeder Euro hilft dabei, dass dieses Schiff länger fahren kann. Es ist schon einsatzbereit und es wird ausgeliehen und es geht ganz schnell los, wenn sich genug Leute entscheiden, mitzuhelfen. Das erste Teilziel sind drei Monate und ein ganz, ganz riesengroßer Teil davon ist schon geschafft. Ich finde es einfach toll, wenn man total informiert wird, weil man jederzeit Fragen stellen kann in den Kommentaren von dem Crowdfunding. Kriegt die sofort beantwortet. Schaut doch mal rein. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ich finde das geil, wenn wir das Gefühl haben, dass wir alle zusammen irgendwas tun können. Und ja, ich weiß, man müsste eigentlich noch viel mehr tun. Das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass es eigentlich auch um ethischen Konsum geht und all diese Dinge. Aber jetzt im Moment gerade passiert da draußen so eine krasse Tragödie und es wird europäische Geschichte geschrieben. Und ich will nicht daran beteiligt sein, da nicht geholfen zu haben, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich jetzt nichts tue, dann habe ich irgendwie mitgemacht. Und ich weiß von den Abenden, wo ich Konzerte spiele und mit euch quatsche, dass es ganz vielen von euch auch so geht. Und hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, wirklich akut Hilfe zu leisten und beteiligt zu sein und informiert zu sein darüber, was passiert gerade, wo fährt unser Schiff hin, wie viele Leute sind heute gerettet worden und so weiter. Hey, guckt euch das mal an. Ich würde es total feiern, wenn ihr das auch unterstützt. Wenn ihr Bock habt, spielt Konzerte und gebt die Einnahmen. Oder wenn ihr kein Geld habt, dann teilt es einfach und spendet wenigstens drei Euro. Wie gesagt, Crowdfunding, ihr kennt das, jeder Euro hilft. Und jetzt gutes, gutes Gelingen, auf das wir auch wieder laut sind und nicht nur die anderen. Wir schaffen das bestimmt. Ich glaube daran, ich finde, das ist eine geile Sache. Bis bald. Ciao.